Das Partywelt-Cocktail-E-Book Von Norbert Reinwand Was ist ein Cocktail? Ein Cocktail ist ein alkoholisches Getränk, das aus mehreren Zutaten hergestellt wird. Die Zutaten können Spirituosen, Säfte, Sirupe, Eiweiß, Bitters und andere Zutaten sein. Cocktails werden in der Regel in einem Cocktailglas serviert. Es gibt viele verschiedene Arten von Cocktails, darunter Martinis, Margaritas, Mojitos, Daikiris und Old Fashionets. Cocktails werden seit dem 18. Jahrhundert hergestellt. Der erste Cocktail wurde wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten hergestellt. Cocktails waren ursprünglich ein Getränk der Oberschicht, aber sie wurden im 19. Jahrhundert immer beliebter. Heute sind Cocktails ein beliebtes Getränk für Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Cocktails werden oft zu besonderen Anlässen wie Feiern, Hochzeiten oder Geschäftstreffen getrunken. Sie können aber auch zu jeder Gelegenheit genossen werden. Cocktails können ein erfrischendes und leckeres Getränk sein, das den Geschmack von Alkohol mit anderen Aromen verbindet. Was ist ein alkoholfreier Cocktail? Ein alkoholfreier Cocktail ist ein Getränk, das den Geschmack eines Cocktails hat, aber keinen Alkohol enthält. Alkoholfreie Cocktails werden oft von Menschen getrunken, die nicht trinken möchten, oder von Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol trinken können. Alkoholfreie Cocktails können aus einer Vielzahl von Zutaten hergestellt werden, darunter Säfte, Sirupe, Gemüse, Kräuter, Gewürze und andere Zutaten. Sie können auch mit Fruchtsäften, Sirupen, Gemüse, Kräutern und Gewürzen garniert werden. Es gibt viele verschiedene Arten von alkoholfreien Cocktails, darunter Virgin Margaritas, Virgin Mojito, Virgin Daikiri, Virgin Old Fashioned und Virgin Cosmopolitan. Alkoholfreie Cocktails können zu jeder Gelegenheit genossen werden. Sie sind eine gute Möglichkeit, Spaß zu haben, ohne Alkohol zu trinken. Arten von Cocktails Es gibt viele verschiedene Arten von Cocktails, die je nach Geschmack, Anlass und Stimmung variieren können. Einige beliebte Cocktail-Kategorien sind Sours Cocktails, die aus einer Spirituose, einem Süßungsmittel und einem sauren Bestandteil, wie Zitronen- oder Limettensaft, bestehen. Beispiele sind Margarita, Daikiri und Whisky Sour. Highballs Cocktails, die aus einer Spirituose und einem kohlensäurehaltigen Füllstoff wie Soda, Tonic oder Ginger Ale bestehen. Beispiele sind Gin Tonic, Cuba Libre und Moskow Mule. Martinis, Cocktails, die aus einer Spirituose und einem Wermut bestehen. Beispiele sind Martini, Manhattan und Negroni. Tiki Cocktails, die aus Rum und verschiedenen tropischen Fruchtsäften, Sirupen und Gewürzen bestehen. Beispiele sind Mai Tai, Zombie und Pinacolada. Was benötige ich für eine Cocktail-Party? Hier sind einige Dinge, die du für eine Cocktail-Party benötigst. Ort Du musst einen Ort finden, an dem deine Cocktail-Party stattfinden kann. Dies kann in deinem Haus, in einem Restaurant oder in einer Bar sein. Einladungen Du musst deine Gäste einladen. Dies kannst du per E-Mail, Post oder persönlich tun. Dekoration Du kannst deine Party-Dekoration entsprechend deinem Thema gestalten. Essen und Getränke Du musst Essen und Getränke für deine Gäste bereitstellen. Dies kann einfache Snacks, Fingerfood oder ein vollständiges Buffet sein. Du solltest auch eine Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken bereitstellen. Musik Du musst Musik für deine Party bereitstellen. Dies kann eine Playlist, ein DJ oder eine Live-Band sein. Aktivitäten Du kannst einige Aktivitäten für deine Gäste planen, wie Z. B-Brettspiele, Gesellschaftsspiele oder ein Karaoke-Mikrofon. Abfallbehälter Du musst Abfallbehälter für deine Gäste bereitstellen, um ihren Abfall zu entsorgen. Notfallpläne Du solltest einen Notfallplan haben, falls es zu unvorhergesehenen Ereignissen wie schlechtem Wetter oder Stromausfällen kommt. Hier sind einige zusätzliche Tipps für die Planung einer Cocktail-Party. Setze ein Budget und halte dich daran. Starte früh mit der Planung, damit du alles bekommen kannst, was du brauchst. Sei flexibel und bereit, Änderungen vorzunehmen, wenn es nötig ist. Genieße die Planung und die Party. Gin Fits Zutaten 4cl Gin 2cl Zitronensaft 2cl Zuckersirup 8cl Sodawasser Eiswürfel 1 Scheibe Zitrone Zubereitung Füllen Sie ein hohes Glas mit Eiswürfeln. Geben Sie Gin, Zitronensaft und Zuckersirup in einen Cocktail-Shaker und schütteln Sie kräftig. Seien Sie die Mischung in das Glas ab und füllen Sie es mit Sodawasser auf. Garnieren Sie den Drink mit einer Scheibe Zitrone und genießen Sie ihn. Dieser Cocktail heißt Gin Fits und ist ein Klassiker unter den erfrischenden Sommerdrinks. Prost! Wenn Sie andere Zutaten verwenden möchten, können Sie den Gin Fits auch variieren. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie den Drink an Ihren Geschmack anpassen können. Statt Gin können Sie auch Wodka, Rum oder Teekwila verwenden. Statt Zitronensaft können Sie auch Limettensaft, Orangensaft oder Grapefruit-Saft verwenden. Statt Zuckersirup können Sie auch Honig, Agavendicksaft oder Rohrzucker verwenden. Statt Sodawasser können Sie auch Tonic Water, Ginger Ale oder Mineralwasser verwenden. Statt einer Scheibe Zitrone können Sie auch eine Scheibe Limette, Orange oder Grapefruit verwenden. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und finden Sie Ihren Lieblings-Gin Fits. Viel Spaß beim Mixen! Wenn Sie den Gin Fits alkoholfrei machen möchten, können Sie den Gin einfach weglassen oder durch einen alkoholfreien Gin-Ersatz ersetzen. Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt, die den Geschmack von Gin nachahmen, aber keinen Alkohol enthalten. Sie können diese Produkte genauso wie Gin verwenden und mit den anderen Zutaten mischen. So erhalten Sie einen leckeren und erfrischenden, alkoholfreien Gin-Fits. Prost! Martini Fülle einen Cocktail-Shaker mit Eiswürfeln. Dieb 6cl Gin und 1cl trockenen Wermut hinzu. Schüttle den Shaker kräftig, bis die Außenseite beschlägt. Seie den Cocktail in eine gekühlte Martini-Schale ab. Garniere den Cocktail mit einer grünen Olive oder einer Zitronenschale. Genieße deinen Martini, aber trinke verantwortungsbewusst. Berlin bei Nacht Berlin bei Nacht ist ein Cocktail, der die dunkle und geheimnisvolle Seite der deutschen Hauptstadt einfängt. Er besteht aus Wodka, Kalua, Blaubeersaft und einem Schuss Absinth. Um ihn zuzubereiten, braucht man einen Cocktail-Shaker, ein Martini-Glas und Eiswürfel. Zuerst füllt man den Shaker mit Eis und gibt 4cl Wodka, 2cl Kalua und 6cl Blaubeersaft hinzu. Dann schüttelt man alles kräftig durch und seie den Cocktail in das Martini-Glas ab. Zum Schluss gibt man einen halben Teelöffel Absinth über den Rücken eines Löffels vorsichtig auf die Oberfläche des Cocktails, um eine grünliche Schicht zu erzeugen. Der Cocktail ist fertig und kann mit einer Blaubeere oder einer Zitronenscheibe garniert werden. Berlin bei Nacht ist ein starker und süßer Cocktail, der an einen Kaffee mit Schuss erinnert. Er passt gut zu einem romantischen Abend oder einer rauschenden Party. Aber Vorsicht, er hat es in sich und sollte nur in Maßen genossen werden. Prost! Sommer am See Sommer am See ist ein erfrischender Cocktail, der perfekt für warme Tage geeignet ist. Er besteht aus folgenden Zutaten Um den Cocktail zuzubereiten, füllt man ein hohes Glas mit Eiswürfeln und gießt den Wodka, den Blue Curaçao, den Zitronensaft und den Ananassaft darüber. Dann rührt man alles gut um und garniert den Cocktail mit ein paar Minzblättern. Der Cocktail hat eine schöne blaue Farbe, die an einen klaren See erinnert. Er schmeckt fruchtig und süß, aber auch leicht herb durch den Zitronensaft. Sommer am See ist ein idealer Cocktail für alle, die sich nach einem Urlaub am Wasser sehnen. Mach mich heiß im Winter Mach mich heiß im Winter ist ein Cocktailrezept, das perfekt für die kalte Jahreszeit geeignet ist. Es ist eine Mischung aus heißem Apfelsaft, Rum, Zimt und Nelken, die den Körper und die Seele wärmt. Hier ist, wie man es zubereitet. Zutaten für vier Portionen 1 Liter Apfelsaft 200 Milliliter Rum 4 Zimtstangen 8 Nelken 4 Scheiben Apfel Zubereitung Den Apfelsaft in einem großen Topf zum Kochen bringen Den Rum hinzufügen und gut umrühren Die Zimtstangen und die Nelken in ein Teesieb geben und in den Topf hängen Den Topf vom Herd nehmen und den Cocktail etwa 10 Minuten ziehen lassen Den Cocktail in Gläser füllen und mit je einer Apfelscheibe garnieren Genießen Ohne Alkohol Hier ist ein Cocktailrezept mit dem Namen Ohne Alkohol. Es ist inspiriert von dem Ipanema Cocktail, der eine alkoholfreie Variante des Caipirinha ist. Ich hoffe es schmeckt dir. Zutaten für vier Cocktails Zwei Bio-Limetten Vier Esslöffel Rohrzucker Acht Zentiliter Maracuja-Saft Vierundzwanzig Zentiliter Apfelsaft Crushed Ice Zubereitung Erste Die Limetten waschen, trocknen und in Spalten schneiden. Die Spalten auf vier Gläser verteilen und mit einem Stößel zerdrücken. Pro Glas einen Esslöffel Zucker hinzugeben und verrühren. Zweiter Die Gläser zu zwei Dritteln mit Crushed Ice füllen und jeweils zwei Zentiliter Maracuja-Saft dazugießen. Alles gut umrühren. Dritten Die Cocktails mit Apfelsaft auffüllen und nach Belieben mit Limettenscheiben oder Minzblättern garnieren. Genießen Kindercocktail Ein Kindercocktail ist ein alkoholfreier Drink, der meist aus Fruchtsäften, Sirupen und Eis besteht. Er ist ideal für Partys, Geburtstage oder einfach als Erfrischung zwischendurch. Hier ist ein einfaches Rezept für einen leckeren Kindercocktail. Zutaten für vier Gläser 200 Milliliter Orangensaft 200 Milliliter Ananassaft 100 Milliliter Grenadinesirup 400 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure Eiswürfel Früchte zum Dekorieren, zum Beispiel Orangenscheiben, Ananasstücke, Kirschen Zubereitung Die Säfte und den Sirup in einem Krug vermischen und gut umrühren. Die Gläser mit Eiswürfeln füllen und die Saftmischung darüber gießen. Mit Mineralwasser auffüllen und nach Belieben mit Früchten dekorieren. Genießen Mit viel Alkohol Mit viel Alkohol ist ein Cocktail, der seinem Namen alle Ehre macht. Er enthält drei verschiedene Spirituosen und nur wenig Saft, um den Alkoholgehalt zu mildern. Dieser Drink ist nichts für schwache Nerven und sollte nur in Maßen genossen werden. Um diesen Cocktail zuzubereiten, brauchen Sie folgende Zutaten. 4 Zentiliter Wodka 4 Zentiliter Rum 4 Zentiliter Gin 8 Zentiliter Orangensaft 8 Zentiliter Ananassaft Eiswürfel Eine Orangenscheibe und eine Cocktailkirsche zum Garnieren. Füllen Sie ein großes Glas mit Eiswürfeln und gießen Sie den Wodka, den Rum und den Gin darüber. Vermischen Sie den Orangen- und den Ananassaft in einem Shaker und schütteln Sie ihn gut. Gießen Sie die Saftmischung über die Spirituosen und rühren Sie alles vorsichtig um. Garnieren Sie den Cocktail mit einer Orangenscheibe und einer Cocktailkirsche und servieren Sie ihn sofort. Hustenlöser Ein Cocktailrezept mit dem Namen Hustenlöser ist ein erfrischender und wohltuender Drink, der ideal für die kalte Jahreszeit ist. Er besteht aus folgenden Zutaten. 4 Zentiliter Rum 2 Zentiliter Zitronensaft 2 Zentiliter Honig 1 Zentiliter Ingversirup Heißes Wasser Um den Cocktail zuzubereiten, füllt man ein hitzebeständiges Glas mit heißem Wasser und lässt es kurz stehen. Dann gießt man das Wasser aus und fügt den Rum, den Zitronensaft, den Honig und den Ingversirup hinzu. Man rührt alles gut um und füllt das Glas mit frischem heißem Wasser auf. Zum Schluss kann man den Cocktail mit einer Zitronenscheibe oder einem Stück Ingwer garnieren. Der Hustenlöser ist ein wärmender und beruhigender Cocktail, der die Symptome von Husten und Erkältung lindern kann. Er hat einen süß-sauren Geschmack mit einer leichten Schärfe vom Ingwer. Er sollte jedoch nur in Maßen genossen werden, da er einen hohen Alkoholgehalt hat. Nackt am Strand Nackt am Strand ist ein erfrischender und fruchtiger Cocktail, der sich perfekt für einen heißen Sommertag oder eine tropische Party eignet. Er besteht aus Orangensaft, Ananassaft, Cranberrysaft und Wodka, die in einem Shaker mit Eis gemischt und in ein hohes Glas abgeseiht werden. Für einen Extra-Kick kann man noch einen Schuss Pfirsichlikör hinzufügen. Der Cocktail hat eine schöne orange-rote Farbe, die an einen Sonnenuntergang am Strand erinnert. Er schmeckt süß-sauer und hat einen leichten Alkoholgehalt. Um den Cocktail zu garnieren, kann man eine Orangenscheibe oder eine Ananasstück an den Glasrand stecken. Nackt am Strand ist ein einfacher und leckerer Cocktail, der jedem ein Urlaubsgefühl vermittelt. Mit Kaffee Hier ist ein Cocktail-Rezept mit dem Namen Mit Kaffee. Zutaten 4cl Wodka 2cl Caloa oder ein anderer Kaffee-Likör 6cl starker Kaffee zum Beispiel Espresso oder Cold Brew 2cl Sahne Eiswürfel Schokoraspeln zum Garnieren Zubereitung Fülle ein Cocktail-Glas mit Eiswürfeln und stelle es beiseite. Gibt den Wodka, den Caloa und den Kaffee in einen Cocktail-Shaker und schüttle alles kräftig durch. Seie die Mischung in das vorbereitete Glas ab. Schlage die Sahne leicht auf und löffle sie vorsichtig auf den Cocktail. Bestreue den Drink mit Schokoraspeln und genieße ihn. Mit Kaffee ist ein cremiger und süßer Cocktail, der perfekt für einen gemütlichen Abend ist. Er schmeckt nach Kaffee, Schokolade und Vanille und hat einen angenehmen Alkoholgehalt. Prost! Orangen-Cocktail Ein fruchtiger und erfrischender Cocktail mit Orangensaft, Orangenlikör und Sekt. Perfekt für einen Sommerabend oder eine Party. Zutaten für 4 Gläser 400 ml Orangensaft 100 ml Orangenlikör zum Beispiel Quantro oder Grand Manier 400 ml Sekt Eiswürfel Orangenscheiben zum Dekorieren Zubereitung Den Orangensaft und den Orangenlikör in einem Krug vermischen und kaltstellen. Die Gläser mit Eiswürfeln füllen und die Orangenmischung darüber gießen. Mit Sekt auffüllen und mit Orangenscheiben dekorieren. Genießen Apfelcocktail Ein Apfelcocktail ist ein erfrischender und fruchtiger Drink, der sich perfekt für warme Sommertage eignet. Um einen Apfelcocktail zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 4cl Apfelsaft 2cl Zitronensaft 2cl Wodka 1cl Grenadine 2cl Apfelscheiben und Minzblätter zum Garnieren So bereitest du den Apfelcocktail zu. Fülle ein Cocktailglas mit Eiswürfeln. Hieb den Apfelsaft, den Zitronensaft, den Wodka und die Grenadine in einen Cocktailshaker und schüttle ihn kräftig. Seihe die Flüssigkeit in das Glas ab. Dikoriere den Cocktail mit Apfelscheiben und Minzblättern. Genieße deinen Apfelcocktail. Blaubeurencocktail Ein Blaubeurencocktail ist ein erfrischender und fruchtiger Drink, der sich perfekt für warme Sommertage eignet. Um ihn zuzubereiten, brauchst du folgende Zutaten. 60ml Wodka 30ml Blaubeersirup 15ml Zitronensaft 90ml Sodawasser Eiswürfel Frische Blaubeeren zum Garnieren So geht's! Fülle einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln und gib den Wodka, den Blaubeersirup und den Zitronensaft hinzu. Schüttle alles kräftig durch, bis sich die Zutaten gut vermischt haben. Seihe die Flüssigkeit in ein hohes Glas mit Eiswürfeln ab und fülle es mit Sodawasser auf. Garniere den Cocktail mit ein paar frischen Blaubeeren und genieße ihn eiskalt. Partywelt Cocktail Der Partywelt Cocktail ist ein erfrischender und fruchtiger Drink, der sich perfekt für eine Sommerparty eignet. Er ist leicht zu mixen und hat einen angenehmen Alkoholgehalt. Um diesen Cocktail zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 4cl Wodka 2cl Orangenlikör 8cl Ananassaft 4cl Cranberrysaft Eiswürfel Eine Orangenscheibe und eine Cocktailkirsche zum Garnieren. So geht's! Fülle einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln und gib den Wodka, den Orangenlikör, den Ananassaft und den Cranberrysaft hinzu. Schüttle den Shaker kräftig für etwa 15 Sekunden, bis alles gut vermischt und gekühlt ist. Seihe den Cocktail in ein großes Glas mit Eiswürfeln ab. Garniere den Drink mit einer Orangenscheibe und einer Cocktailkirsche. Genieße deinen Partywelt Cocktail Kirschcocktail Ein Kirschcocktail ist ein erfrischender und fruchtiger Drink, der sich perfekt für warme Sommertage eignet. Um diesen Cocktail zuzubereiten, brauchst du folgende Zutaten. 4cl Kirschlikör 2cl Zitronensaft 1cl Grenadinesirup 8cl Sodawasser Eiswürfel Eine Kirsche und eine Zitronenscheibe zum Garnieren So geht's! Fülle ein hohes Glas mit Eiswürfeln. Hieb den Kirschlikör, den Zitronensaft und den Grenadinesirup in einen Cocktailshaker und schüttle ihn kräftig. Seie die Mischung in das Glas ab und fülle es mit Sodawasser auf. Rühre den Cocktail vorsichtig um und garniere ihn mit einer Kirsche und einer Zitronenscheibe. Genieße deinen Kirschcocktail. Bananencocktail Zutaten für 2 Gläser 2 reife Bananen 100ml Sahne 100ml Milch 50ml Rum 2 Esslöffel Honig Eiswürfel Zubereitung Die Bananen schälen und in grobe Stücke schneiden. Die Sahne, die Milch, den Rum und den Honig in einen Mixer geben und kurz vermischen. Die Bananenstücke und einige Eiswürfel hinzufügen und alles zu einem cremigen Cocktail mixen. Den Cocktail in 2 Gläser füllen und nach Belieben mit Schlagsahne und Bananenscheiben garnieren. Genießen Ananascocktail Ein Ananascocktail ist ein erfrischender und fruchtiger Drink, der sich perfekt für warme Sommertage eignet. Für diesen Cocktail benötigen Sie folgende Zutaten. 4cl weißer Rum 2cl Kokoslikör 10cl Ananassaft 2cl Limettensaft Eiswürfel Ananasstücke zum Garnieren So bereiten Sie den Ananaskocktail zu. Füllen Sie einen Cocktailshaker zur Hälfte mit Eiswürfeln. Geben Sie den Rum, den Kokoslikör, den Ananassaft und den Limettensaft hinzu und schütteln Sie kräftig. Seien Sie den Cocktail in ein gekühltes Glas ab. Garnieren Sie den Drink mit einem Ananasstück und einem Trinkhalm. Genießen Sie Ihren Ananaskocktail. Kiwi Cocktail Ein Kiwi Cocktail ist ein erfrischendes Getränk, das sich perfekt für warme Sommertage eignet. Um diesen Cocktail zuzubereiten, brauchst du folgende Zutaten. 4 reife Kiwis 100ml weißer Rum 50ml Limettensaft 25ml Zuckersirup Eiswürfel Minzblätter zum Garnieren So gehst du vor. Schäle die Kiwis und schneide sie in kleine Stücke. Gib sie in einen Mixer und püriere sie zu einem feinen Püree. Fülle ein Cocktailshaker zur Hälfte mit Eiswürfeln und gib den Rum, den Limettensaft und den Zuckersirup hinzu. Schüttle alles kräftig durch. Seie die Mischung in vier gekühlte Gläser ab und fülle sie mit dem Kiwi Püree auf. Rühre alles gut um. Garniere die Gläser mit Minzblättern und genieße deinen Kiwi Cocktail. Margarita Ein Margarita ist ein erfrischender Cocktail aus Tegwila, Orangenlikör und Limettensaft, der mit Salz am Glasrand serviert wird. Um einen Margarita zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 60 ml Tegwila 30 ml Orangenlikör, zum Beispiel Quantro oder Triple Sack 30 ml frischer Limettensaft Eiswürfel Salz Limettenscheiben So geht's! Erste Befeuchte den Rand eines Cocktailglases mit einer Limettenscheibe und tauche ihn in einen Teller mit Salz, um ihn zu salzen. Zweiter Fülle einen Cocktailshaker mit Eis und gib den Tegwila, den Orangenlikör und den Limettensaft hinzu. Schüttle kräftig, bis die Außenseite des Shakers kalt ist. Dritten Seie den Cocktail in das vorbereitete Glas ab und garniere ihn mit einer Limettenscheibe. Genieße deinen Margarita verantwortungsvoll und Prost Ton! Daikiri Ein Daikiri ist ein erfrischender Cocktail aus Rum, Limettensaft und Zuckersirup, der seinen Ursprung in Kuba hat. Es gibt viele Variationen des Daikiris, die verschiedene Früchte oder Liköre hinzufügen, aber der klassische Daikiri ist einfach und elegant. Um einen Daikiri zu machen, brauchen Sie folgende Zutaten. 6cl weißer Rum 3cl frischer Limettensaft 2cl Zuckersirup Eiswürfel So bereiten Sie einen Daikiri zu. Füllen Sie einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln und geben Sie den Rum, den Limettensaft und den Zuckersirup hinzu. Schütteln Sie den Shaker kräftig für etwa 15 Sekunden, bis die Außenseite des Shakers kalt ist. Seien Sie den Cocktail in eine gekühlte Cocktailschale oder ein Martini-Glas ab. Garnieren Sie den Drink nach Belieben mit einer Limettenscheibe oder Zeste. Genießen Sie Ihren Daikiri verantwortungsbewusst und stoßen Sie auf das kubanische Lebensgefühl an. Whisky Sour Hier ist ein mögliches Cocktailrezept für einen Whisky Sour. Zutaten 6cl Bourbon Whisky 3cl Zitronensaft 2cl Zuckersirup 1 Eiweiß optional Eiswürfel Orangenscheibe und Cocktailkirsche zum Garnieren Zubereitung Den Whisky, den Zitronensaft, den Zuckersirup und das Eiweiß, falls verwendet, in einen Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. Einige Eiswürfel in ein gekühltes Old Fashioned Glas geben und den Cocktail darüber abseihen. Mit einer Orangenscheibe und einer Cocktailkirsche garnieren und genießen. Gin Tonic Ein Gin Tonic ist ein klassischer Cocktail, der aus Gin und Tonic Water besteht. Er wird oft mit Eiswürfeln und einer Zitronen- oder Limettenscheibe serviert. Der Gin Tonic hat einen erfrischenden und bitteren Geschmack, der von den Botanicals im Gin und dem Chinin im Tonic Water herrührt. Er ist ein einfacher und beliebter Drink, der sich für viele Anlässe eignet. Um einen Gin Tonic zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 50ml Gin 150ml Tonic Water Eiswürfel Eine Zitronen- oder Limettenscheibe So gehst du vor. Fülle ein hohes Glas mit Eiswürfeln. Gieße den Gin über das Eis. Fülle das Glas mit Tonic Water auf. Garniere den Drink mit einer Zitronen- oder Limettenscheibe. Genieße deinen Gin Tonic verantwortungsvoll. Cuba Libre Ein Cuba Libre ist ein klassischer Cocktail, der aus Rum, Cola und Limettensaft besteht. Er wurde angeblich im frühen 20. Jahrhundert in Havanna erfunden, um die Unabhängigkeit Kubas von Spanien zu feiern. Der Name bedeutet »Freies Cuba« und drückt die patriotische Haltung der Kubaner aus. Um einen Cuba Libre zuzubereiten, braucht man folgende Zutaten. 50ml weißer Rum 150ml Cola 10ml Limettensaft Eiswürfel Eine Limettenscheibe zum Garnieren Die Zubereitung ist einfach. Man füllt ein hohes Glas mit Eiswürfeln, gießt den Rum und den Limettensaft darüber und rührt kurz um. Dann füllt man das Glas mit Cola auf und garniert es mit einer Limettenscheibe. Fertig ist der erfrischende und belebende Cuba Libre. Moskow Mule Der Moskow Mule ist ein klassischer Cocktail, der aus Wodka, Limettensaft und Ingwerlimonade besteht. Er wird traditionell in einem Kupferbecher serviert, der den Drink kühl hält und ihm einen metallischen Geschmack verleiht. Der Name des Cocktails bezieht sich auf die Schärfe des Ingwers und die Herkunft des Wodkas. Der Moskow Mule wurde 1941 in Hollywood erfunden und wurde bald zu einem beliebten Drink in den USA und später auch weltweit. Um einen Moskow Mule zu machen, brauchst du folgende Zutaten. So bereitest du den Moskow Mule zu. Fülle einen Kupferbecher oder ein hohes Glas mit Eiswürfeln. Gib den Wodka und den Limettensaft hinzu und rühre kurz um. Fülle mit der Ingwerlimonade auf und rühre nochmal vorsichtig um. Garniere mit einer Gurkenscheibe oder einem Limettenviertel und genieße deinen Moskow Mule. Manhattan Der Manhattan ist ein klassischer Cocktail, der aus Rye Whisky, Rotem Vermouth und Angostura Bitter besteht. Er wurde vermutlich in den 1870er Jahren in New York erfunden und gehört zu den beliebtesten Aperitifs der Welt. Hier ist ein einfaches Rezept, wie du einen Manhattan zu Hause zubereiten kannst. Zutaten 4cl Rye Whisky zum Beispiel Knob Creek Bourbon 4cl roter Vermouth zum Beispiel Lustau Vermigret 2 Spritzer Angostura Bitter Eiswürfel Cocktailkirsche oder Lakritz zur Garnitur Zubereitung Fülle ein Rührglas mit Eiswürfeln und gieße den Whisky, den Vermouth und den Bitter darüber. Rühre alles gut mit einem Barlöffel um, bis der Drink gut gekühlt ist. Seie den Drink in ein vorgekühltes Cocktailglas ab und garniere ihn mit einer Cocktailkirsche oder einer Lakritz-Hantel. Genieße deinen Manhattan vor dem Essen oder einfach so. Prost! Negroni Ein Negroni ist ein klassischer italienischer Aperitif, der aus Gin, rotem Vermouth und Campari besteht. Er wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Florenz erfunden, als Graf Camillo Negroni einen stärkeren Americano bestellte und der Barkeeper Foscus Garceli Gin statt Sodawasser hinzufügte. Der Negroni ist ein einfacher und eleganter Cocktail, der in einem Tumblerglas mit einem großen Eiswürfel und einer Orangenzeste serviert wird. Das Rezept ist sehr simpel, man misst je 3cl Gin, roten Vermouth und Campari mit einem Barmaß ab und gibt sie in das Glas. Dann rührt man den Drink kurz mit einem Barlöffel um und garniert ihn mit einer Orangenzeste. Mai Tai Der Mai Tai ist ein klassischer Tiki-Cocktail, der aus Rum, Limettensaft, Triple Sack, Zuckersirup und Orgaart, Mandelsirup besteht. Er wurde 1944 von Victor Bercheron auch bekannt als Trader Witch in Kalifornien erfunden und soll seinen Namen von dem Tahitianischen Ausdruck Mai Tai haben, der gut, bedeutet. Der Mai Tai ist ein erfrischender und kräftiger Drink, der oft mit Ananas und Minze garniert wird. Um einen Mai Tai zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 6cl Dunkler Rum 3cl Limettensaft 1,5cl Triple Sack 1cl Zuckersirup 0,5cl Orgaart Gib alle Zutaten in einen Cocktailshaker mit Crushed Ice und schüttle kräftig. Gieße den Drink mit dem Eis in einen Tumbler und fülle ihn mit mehr Crushed Ice auf. Dekoriere ihn mit einem Minzzweig und einer Limettenhälfte. Genieße deinen Mai Tai. Zombie Zutaten 50ml Bacardi Cater Blanca 25ml Bacardi Cater Oro 15ml Havana Club 7 25ml Grenadine 50ml Orangensaft 25ml Limettensaft 2 Teelöffel Zucker 2 Teelöffel Zucker 25ml Wasser 25ml Wasser Maraschino Kirschen, Minzblätter und Orangenspalten zum Dekorieren Zubereitung 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. Pina Colada 50ml Kokosnusscreme 60ml Kokosnusscreme 60ml Weißer Rum 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 7. 5. 6. 7. 2 Teelöffel weißer Rohrzucker 1,5 Limette in Stücke geschnitten 2 Zweige frische Minze Eiswürfel oder Crushed Ice Sodawasser zum Auffüllen So gehst du vor. Erste Gib den Zucker und die Limettenstücke in ein Longdrinkglas und zerdrücke sie mit einem Stößel, um den Saft und das Aroma freizusetzen. Zweiter Füge den Rum hinzu und rühre um, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dritten Zupfe die Minzblätter von den Stielen und drücke sie leicht zwischen deinen Händen an, um die ätherischen Öle zu aktivieren. Gib sie ins Glas und fülle es zu zwei Dritteln mit Eis auf. Gieße Sodawasser darüber, bis das Glas voll ist und rühre noch einmal um. Garniere den Mojito mit einem Minzzweig und genieße ihn mit einem Strohhalm. Old Fashioned Der Old Fashioned ist einer der ältesten und bekanntesten Cocktails der Welt. Er besteht aus Whisky, Zuckersirup, Bitters und einer Orangenzeste. Er ist ein kräftiger und süßerber Drink, der sich gut für den Abend eignet. Hier ist ein mögliches Rezept für einen Old Fashioned. Zutaten 6cl Bourbon oder Rye Whisky 1cl Zuckersirup oder 1 Teelöffel Zucker 3 Spritzer Angostura Bitters 1 Orangenzeste Zubereitung Einen großen Eiswürfel in ein Tumbler-Glas geben Den Whisky, den Zuckersirup und die Bitters dazugeben Mit einem Barlöffel umrühren Die Orangenzeste über dem Glas knicken, um die ätherischen Öle freizusetzen und in den Drink werfen Genießen Sidecar Der Sidecar ist ein klassischer Cocktail aus Cognac, Quantro und Zitronensaft, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Paris erfunden wurde. Er gehört zur Gruppe der New Orleans Sours und wird oft mit einem Zuckerrand am Glas serviert. Der Sidecar ist ein eleganter und erfrischender Drink, der die Aromen des Cognacs mit der Süße und Säure des Orangenlikörs und des Zitronensafts harmonisch verbindet. Hier ist ein mögliches Rezept für einen Sidecar. Zutaten 4cl Cognac, zum Beispiel Hennessy VS, Courvoisier VSOP, Rémi Martin VSOP oder Martel VSOP 2cl Quantro oder ein anderer hochwertiger Orangenlikör Triple Sec 2cl frisch gepresster Zitronensaft Zucker für den Glasrand Zubereitung Den Rand eines Martini-Glases oder einer Quette mit Zitronensaft anfeuchten und auf einem Teller vorsichtig durch den Zucker drehen Einen Cocktailshaker mit Eis füllen und den Cognac, den Quantro und den Zitronensaft hinzugeben Den Shaker verschließen und den Drink für etwa 20 Sekunden kräftig schütteln Den Cocktail ohne Eis in das vorbereitete Glas abseihen und mit einer Orangenzeste garnieren Genieße deinen Sidecar Welches sind die beliebtesten Cocktail in Deutschland? Die beliebtesten Cocktails in Deutschland sind Eggs on the Beach Dieser Cocktail besteht aus Wodka, Pfirsichlikör, Orangensaft und Cranberry-Saft Margarita Dieser Cocktail besteht aus Tegwila, Limettensaft und Orangenlikör Mojito Dieser Cocktail besteht aus Rum, Limettensaft, Zucker, Minze und Soda-Wasser Daikiri Dieser Cocktail besteht aus Rum, Limettensaft und Zucker Old Fashioned Dieser Cocktail besteht aus Bourbon, Zucker, Bitters und Wasser Cosmopolitan Dieser Cocktail besteht aus Wodka, Cranberry-Saft, Limettensaft und Quantro Manhattan Dieser Cocktail besteht aus Rye Whisky, Sweet Vermouth und Angostura Bitters Sidecar Dieser Cocktail besteht aus Brandy, Quantro und Zitronensaft Negroni Dieser Cocktail besteht aus Gin, Campari und Sweet Vermouth Diese Cocktails sind beliebt, weil sie lecker, erfrischend und leicht zu trinken sind Sie sind auch eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen und zu genießen Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon Besuche such die Webseite von HasenChat Audiobooks unter https.doppelpunkt slash slash hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos Bescheid ... ... ... ...